ZOMBIE NIGHT TERROR ZOMBIE NIGHT TERROR ZOMBIE NIGHT TERROR Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu ZOMBIE NIGHT TERROR Heute wieder Prison Break, weil wir es letztendlich nicht geschafft haben Ich werde direkt mal pausieren So, also Gut, das gucke ich mal Wir brauchen nämlich ein paar Leute Wir müssen nämlich den hier deaktivieren und den hier damit wir hier unten rein können Okay Keine Sorge, Farrah Ich werde dich beschützen sogar vor dieser ZOMBIE APOKALYPSE Sarah Connor Ach Gottchen Guck mal, da wurde richtig gepuncht Dame Typ Okay, ähm Gut Wie machen wir es am besten? Wir müssen die infizieren damit wir diesen Platz hier Am besten natürlich den hier stellen dass er immer wieder näher erkannt wird von dem Ding und Leute rauskommen die wir dann töten können sodass sie halt immer durchgehend ZOMBIEs reproduzieren Das wäre praktisch Die Musik ballert aber gerade richtig noch ein bisschen leiser noch ein bisschen leiser Gut, okay Dann machen wir das mal Komm schon Ach Mensch Okay Okay Jetzt haben wir nicht genug Mist So, jetzt aber Okay 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 Sehr gut Der geht nach hinten Dann können wir hier Boom Sehr schön Sehr, sehr schön Jetzt sind wir zumindestens hier Ja Jetzt brauchen wir gleich einen Kommandanten Der ungefähr hier stehen sollte Da Da lang Leute Ah Mist Sehr schön Sehr schön War natürlich ein bisschen zu früh Aber nicht so schlimm Gut Wir brauchen einen Crawler Den haben wir nämlich gerade nicht So Gut Gut, gut, gut Ich glaube Kann man speichern? Aber nicht Ich versuch's mal Ich möchte ihn hier haben Ich möchte ihn Auf unsere Seite bringen Wir brauchen eine kleine Explosion Damit die Tür aufgeht Gucken wir Ob wir's dann schaffen Äh, dann müssen wir ihn anschreien Jetzt brauchen wir noch ein paar Leute Okay Nein Äh, das findet der egal Das ist ihm scheißegal Shit Da müssen wir neu starten Ach, sorry Leute Da müssen wir neu starten Aber dieses Level, ne? Okay, ähm So Und die dann Ungemerkte, äh Unbemerkt dorthin gehen können Und dass sie stören können Sehr schön Die wissen nicht, was ab geht Dann lassen wir eins schreien Sehr schön Sehr schön Okay Mist Na gut Okay Schreien ist ein bisschen Höhere Reichweite So Mist Kommt schon Oh nein Das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Okay Okay Ich hoffe das ist gut genug mit der Reichweite her Okay Hoffe ich mal an den Crawler Den müssen wir jetzt kriegen Der zurück geht So So Der muss nämlich jetzt oben lang Was denn hier Da lang, ne 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 da lang Können sie nicht entscheiden So So Sehr schön Sehr gut Sehr gut Okay Da hat er grad mal wieder was gebounced hier Das ist immer so eine Sache mit dem Bouncing hier, ne Das ist ja auch Das ist ja Unerhört Sehr schön Fress dir auf Geh du mal weiter, Mr. Zombinator Sehr schön Oh ja, baller sie weg Okay Okay, ähm Die holen wir jetzt mal hier runter Uff, ist aber weit geflogen, ne Kollege Okay Dann können wir mal sagen Leute, geht ruhig da lang Und solange der Zombinator sowieso hier grad am rumwütend ist Äh, oh oh, sollte da nichts schlimmes passieren Können wir nämlich dann hier unten sammeln Können wir nämlich dann hier unten sammeln Sicherheitshalber So Der ballert jetzt alle weg da oben Äh Wann geht der nicht? Okay Okay Dann Dann lassen wir die hier drinnen Weil dann können wir gleich den Zombinator damit töten Hier oben vielleicht Stromstoß Ah, der geht aber hier lang, ne? Hier oben lang Ach, schade Oh nein Sarah Oh nein Hasta la vista, baby Okay Skynet kommen Ziel ausgeschaltet Mission übernehmen Code name Governator Das ist ein schöner Witz Ähm, okay Okay Hm Wir könnten theoretisch, dass sie aufspringen, oder? Hier können wir nicht Okay, dann müssen wir die mal nach oben laufen Sonst hat er wieder zurücklaufen So Oh, weil der Zombinator kommt jetzt auch Oh, der Zombinator kommt Lass ihn nach unten aufkommen Oh ja, sehr gut Kommt schon, kommt schon Leute, kommt schon Schnell Leute, schneller Oh Gott Puh Ah gut, der kommt nicht nach unten Das wäre dann mega unschön gelaufen Gucken wir mal Ob wir ihn Irgendwie Die Schocken könnten Nein Achja, der Der lockt auch nur Leute an Tschüss Zombinator So Macht mal die Tür kaputt, weil wir es können Ah, macht bringt nichts Okay Okay, wir müssen nämlich jetzt Nach oben Dort auseinander nehmen Dafür müssen wir aber erst hier lang Die Tür ist jetzt offen Da läuft jetzt jemand Okay Besten wäre natürlich, wenn wir auch da hinkommen Dafür müssten wir aber Alles Auch ja, definitiv den hier Dann kommen wir da oben lang Okay 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 Gut Gut Können wir theoretisch einen explodieren lassen Ne, ist nicht hoch genug Okay Gut, dann nehmen wir den hier Klicke mal kurz einen Schluck Das war die falsche Flasche Okay 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 Der, 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 der ganz vorne, der ist ganz gut Da lang Gut, dann lassen wir Machen wir ein zu einem Springer Den wir nämlich auch verwenden müssten So So Der muss nämlich da oben lang Und, äh, hier So Damit die dann da bleiben Okay Sehr schön Sehr schön Hol dir die mal Sehr schön Sehr schön Der ist jetzt auch weg Ähm Mist Der rennt jetzt hier unten lang So kann ich dieser, äh Sehr gut Sehr gut Läuft er wieder zurück Die können dann unten sammeln Das ist kein Problem Oh nein, 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 nein Ähm So Der hier So spät? Nein, doch Nicht so spät Sehr schön Ah, Mist, der kommt da gar nicht lang Okay, unschön Ah, okay, macht doch Ist doch Sinnlos dort lang zu gehen Okay Gut Gut Ähm Ist Nein, die war schon zerstört Ach, Mist Ah, Mist Okay Den kriegen wir Ist kein Problem Oh nein Sehr schön Sehr schön Sehr gut Gut Gut, den haben wir jetzt auch Wir müssen aber nach oben Nach oben Dann Jetzt haben wir das da nicht zerstört Abkommen So Dann müssen wir es Hier explodieren lassen Müssen wir gleich hier hoch springen Ja, genau Wir brauchen einen Springer, der nach oben geht Und zerstört er das hier Dann springt er hier rüber Dann müssen wir das explodieren lassen Und dann ist es gut Okay Ähm In der Zwischenzeit lassen wir kurz noch einen Hier, so, damit ich genug für die Explosion habe Sicher, sicher So Sehr schön Sehr schön Oh nein Nicht schön Nicht schön So, jetzt aber Okay Gut Den hier Verwandeln Ah, wir haben Speed freigeschaltet Okay Oh nein Ich fahre da durch Okay Okay Oh, der springt aber weit Okay Der kann gar nicht hoch springen Äh Jetzt muss ich da wieder komplett neu laufen Ja, okay Muss er Muss er Das ist unpraktisch Das ist unpraktisch Gottchen, da dauert das ja Ewigkeiten hier Okay Der sollte dann gleich hier durchfallen Dann da lang kommen Und nutze ich den zum hoch springen Ähm Ja, perfekt Ich brauche aber noch Wie viele brauche ich zum springen? Zum springen brauche ich zwei Nein Okay Das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Wir können den sowieso auch bald mal da oben Erlösen So Der Kollege Sehr schön Gut Jetzt haben wir den da oben Muss dann hier lang Und dann hier rüber springen Damit wir die letzte Tür öffnen können Dann geht das hier auch noch offen Da kommen wir aber nicht hin Doch wir können Doch wir können Ne, kommen wir nicht hin Irgendwie Können wir da wohl hin, aber Da hab ich keinen Bock drauf So Sehr schön Dann zerstör das mal bitte Sehr gut Dann geht die Party gleich richtig ab Wenn ich nämlich sage Den hier Der weg Und er weg So Sehr schön Gut, er kommt dann auch langsam wieder zurück Gescheißert Gut, dann haben wir es gleich Gleich haben wir es Gleich haben wir es So Sehr schön Ne, brauchen wir nicht Gut Oder Heisenberg Der Zock Player Player Unknowns Battleground PUBG Habe ich auch manchmal gespielt mit Mehreren Leuten Mit drei Leute waren wir insgesamt Aber ich bin nicht so gut in solchen Spielen Mega schlecht bin ich darin Okay Sehr schön Dann laufen wir jetzt zurück Dann Rüste ich schon mal das Schreien aus So Damit wir dann auch gleich direkt hier Für eine Explosion Wäre eigentlich auch ganz praktisch Aber am besten natürlich Aber sehr schön Am besten natürlich erstmal einschüchtern So dass wir Ähm Ja Damit wir nicht direkt getötet werden Zack So Sehr schön Sehr schön Ha 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 Nix soll weglaufen Sehr schön Haben es geschafft Oh Gottchen Puh Wir haben nur 14 Minuten gebraucht Ha 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 Fast die ganze Folge Nur für ein Level Oh Sno Sno Sieh mal einer an Da kommt das Genie Hat Ihnen die Reise gefallen Denke schon Haben Sie eine Banane für die Höhlenfrau Wie ich sehe haben Sie Gertrude kennengelernt Effizient was Sicher wenn es mal Wenn es einem nichts ausmacht Okay Sie wissen zuerst Äh vorerst genug Gehen wir uns zur Abholung in die Ladezone Ladezone Äh Okay Ich lese nicht mehr Der Kopf Tsch 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 Ha 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 Station Massaker Überlebe drei Minuten lang im Stadion Oh Gott im Stadion Schließe den Level mit mehr als 20 überlebenden Zombies ab Ähm Ähm Äh Okay What Ah das ist ein Chili da Okay Okay Das heißt Oh das ist Springerei Springerei Okay Okay Uh da wurde aber richtig jetzt viel Oh sehr schön Oh Gott nein Oh Gott Oh Gott Wir brauchen hier einen Kriecher Sehr schön Lassen wir jetzt mal explodieren ein bisschen Dann kriegen wir wieder ein paar neue Okay Oh Gott Oh Gott da kommen Football Spiele wieder Sehr schön Oh Gott oh Gott Okay Dann brauchen wir hier einen Kriecher Oh Gott Shit Da kommt wieder ein Auto Haben wir da noch einen Zombie? Ne die wurden alle weggeschnetzelt Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Der hat auch die Leute getötet Oh Gott der hat auch die Leute getötet Kommt ihr nochmal angescheißert hier Kommt ihr nochmal angescheißert hier Sehr schön Sehr schön Kommt wieder ein Auto Oh Gott Oh Gott Oh Gott Reicht ja wenn wir den einen Typen noch hier haben Oh Leute Das war ein cooles Level Ganz ehrlich das war cool Und damit die Folge abzuschließen Sehr schön Auf jeden Fall Vielen Dank für's Zuschauen Lasst einen Daumen nach oben da Abonnieren Falls ihr noch nicht getan habt Glocke aktivieren damit ihr immer genähert werdet Und ähm Join my Discord Da könnt ihr mit mir quatschen Da werden auch Neuigkeiten gepostet Ähm und auch dort werden dann in Zukunft Gewinnspiele stattfinden Auf jeden Fall mein Name ist Strickenplay Haut rein Ciao Ciao Ich bin in Dice Hier Die Vanzigte Die Vanzigte Auf jeden Fall